hi ho und willkommen zurück meine lieben rollenspiel und zwergenfreunde zu pillars of eternity ja nachdem ich den letzten cut gemacht habe habe ich gemerkt dass ich blind bin nämlich ja inventar aufrufen wenn ich hat werk unter nahrung gehe und das drachenfleisch gericht aufrufe dann macht das plus drei entschlossenheit und davon kann ich sechs stück herstellen fertigen wäre es mal zwei stück an so damit habe ich dann genug entschlossenheit zusammen um das zu regeln in den zwilligs ulm aber bevor wir die zwilligs ulm gehen will ich erst mal das letzte die letzten kopfgeld auftrag machen den wir noch haben deswegen wie reisen wir dann am besten dürfurt dort rasten und dann so nach die bahn wie lag hoch du warst ja klipp an ja du bist kliaban rilak genau das war ein klipp an rilak oder herrte gestalten das ist hier varias blutopfer das ist und die beiden die wollen wir jetzt dann abschließen traum und erinnerung war die trauernde mutter meister der tiefe war zusammen im rat der zeit das war kanadien nehmen wir dann auch mit das ist das was wir als nächstes machen sobald wir kopfgeld jäger aufträge und alles abgeschlossen haben und ja die siegel der endlosen fahrt und die klinge der endlosen fahrt und das ist auch etwas was wir während kit nur machen oder und nur besser gesagt also erstmal geht es nach dürfurt dort werden wir wahrscheinlich noch mal rasten müssen weil wir alle erschöpft sind vor der reise und dann werde ich ja sehen wie ich nach ort nur mit runter nehmen wahrscheinlich werde ich sah gar nie gegen kann austauschen wie varias wollte ich mit auf die gabelsinsel neben stadt durenz erst mal und ja den rest sehen wir dann also ja es gibt ein paar chance die es unterhalten sich alle von zagadi über die kulinarik hier ja wärmentschlossenheit plus 3 was bringt noch mal konzentration abwehr und wille eigentlich gar nicht mal so schlecht wir gucken aber trotzdem mal kurz was wir hier in dürfurt auch was wir hier in dürfurt wechseln können eben da schenke und dann wollen wir uns die kopfgeldjäger quest gehen die in ketten uhr ab rasten da nochmal für entschlossenheit gehen zu den zwillings um schließen die beiden quests ab dann gucken wir noch mal ob wir neue kopfgeldjäger aufträge gekriegt haben in ketten uhr schließen die ab die werden dann wahrscheinlich nämlich alle in die richtung sein also nordlandschaft und so weiter wobei im tempel von hiela bezweifelig ist der ist zu klein und viele gebiete gibt es ja eigentlich nicht mehr wo wir kopfgeldjäger aufträge kriegen können hoffe ich mal so denke ich hätte gerne ein zimmer macht verfassung intelligenz das klingt doch gar nicht mal so schlecht schaden gegen bestien nein das nehmen wir dann gehen wir nach clear bahn relac töten das den kopf das kopfgeld viel dort was auch immer es ist ich weiß nicht ob sich in den ruinen oder außerhalb der ruinen versteckt und wie stark es ist werden wir dann ja sehen und eigentlich sollte ich mal in mein gefängnis gucken ob ich irgendjemand mittlerweile verhaftet habe in meinen kerker aber ich bezweifle es so gucken wir mal kurz questbuch kopfgeld lied schmied roska sie wurde zuletzt bei clear bahn relac gifs sehen ihr lager außerhalb von clear bahn relac also das muss theoretisch dort oben sein also die fortfluss kreuzung clear bahn relac irgendwo dort wird sie ihr lager haben ich hoffe dass wir nicht wieder in die richtung müssen um noch mehr kopfgeldjäger aufträge zu machen wenn doch dann nehme ich für die anderen kopfgeldjäger aufträger am besten unsere anderen drei charts mit also tausche ich sagani alof und durenz gegen die war er gegen kann die varias und die mutter aus so wo könnte sie ihr lager haben höchstens hier oder hier drüben weil so groß ist clear bahn relac nicht norweg pioniere prospektor und sie steht irgendwo dazwischen genau ok durenz durenz mach mal was gutes haben wir hier macht und entschlossenheit vom verbündeten du kannst machen wir mal das hier wo ist sie du machst einfach mal jetzt halt jetzt gerade die schifftaste gedrückt in der hoffnung dass ich sehe dass er es mehrmals macht gleich er macht es aber irgendwie nicht ich habe eigentlich gedacht er macht ja jetzt macht das so ok du siehst aber auch nicht ganz gut aus deswegen durenz heil ihn mal du schießt mal auf die da drüben und ich würde sagen aloft bevor er jetzt gleich ordentlich ausbauen kriegt macht einfach mal auf dem tier hier du kannst ruhig mal ein verbot machen und heilen warum ist er jetzt ein böser drache und noch auf die doppelgänger die doppelgänger haben sich wahrscheinlich noch nicht aufgelöst so war's das ja scheinbar schon so was habt ihr dabei ein pionierwälzer den kannst du dir mal anschauen jede menge tränke des geisterschildes blaskon blaskon kann alles hier rein ja so und dann haben wir noch sie hier sie hat eine gute hake buse plattenpanzer 3 spitzhut und all dir im kopf geld trank der schwachen regeneration nimm du den mal aloft so den kannst du auch gleich trinken also ist nur im kopf wirklich mist ok aber du rinds hat sein level ab und da liegt noch was rum noch ein trank des geistes schildes die benutze ich viel zu selten fällt mir grad auf was hast du eigentlich überhaupt da drin ach so duplikat des zauberers ja sollte ich wirklich öfter mal benutzen so jetzt aber erstmal du rinds aufleveln mhm wissen 6 alles andere ist ok weil das war das obwohl kann ich nun die punkte taktisch klüger verteilen ich könnte sie hier in heimlichkeit stecken ja gut ermächtigtes verbot einmal pro gegegnung genauigkeit inspirierende flamme passiv schwert oder akibuse hm er hat sie genau wie sie schwert oder akibuse benutzen ne mehrender glanz ne inspirierender glanz boduszauber offensiv ne weißt du was du rinds du machst jetzt mal feldlazarett die er gebe ich jetzt mal einfach so eine passiv heilung hm so äh wo hast du die ach da vorne werdet ihr einfach mal auf all auf an brauchen sie ja gerade nicht ja 20 prozent gesundheit das ist mehr als nichts oder besser als nichts so dann können wir jetzt nach geht nur reisen und dann sehen wir weiter wie wir weitermachen die tom die tom die volksmann zeit tag ja wir haben ja einen gefolgsmann und das ist jetzt schlecht ein gefolgsmann ja der äh genau der hier 50 pro tag verlangt der brutale krieger deswegen zahlen wir so viel zurzeit bei zahltagen aber wir kriegen ja auch genug geld rein so gehen wir mal etwas speed während wir hier hoch rennen so äh also durch es trägt sein ding auf dem rücken sein stab ich dachte jetzt gerade warum hat er den stab ausgerüstet das will ich übrigens nettes detail dass die zweitwaffe trotzdem noch zu sehen ist gibt ja genug spiele wo das nicht der fall ist so hallo ich habe ein kopf geld ich komme um das kopf geld für rost kap zu holen vielleicht hast du einen neuen krieg der schwarzen bäume abgebildet wer weiß hier ist das geld das sie geboten haben jo sonst noch was gibt es kopf geld austräge er wird seine starbe pergamente durch erledigt erledigt da hier mal sehen da wird das macht die jungen weit macht irgendeinen waldläufer ärger dann gibt es da noch gelendalget sklaventreiber nicht sonderlich beliebt da haben wir eine art kult offenbar ah und diesen namen habe ich länger nicht gesehen captain morami der pirat ich ange den waldläufer die waldläuferin fimoa führt ein feldzug des schreckens gegen reisende welche die waldendebenen durchqueren überlebende berichten dass sie ihre opfer an das rudel wilder tiere verfüttert das mit ihr reisen viele leute werden über ihr ablehnen äußerst froh was ist mit dem gellen das hier wird nicht leicht gellen dollar guard der sklaventreiber er wurde mit seinen freunden bei der matmar brücke gesehen die örtlichen behörden weigern sich gegen ihm vorzugehen weil er wichtige freunde in die tier hat aber irgendeine namenlose seele ist bereit geld dafür zu bezahlen dass gellen seinen letzten atemzug tut es ist offenbar etwas persönliches ein kult das klingt interessant ich weiß nicht recht was ich hiermit anfangen soll ein mörderischer und drüben kult angeführt von einer man betra die kreatur wird def wenn genannt und offenbar hat sie mit ihren anhängern in einer höhle der nordschlagschaft leder gelassen naja die höhle kennen wir schon und der pirat captain morami er macht hauptsächlich hat und war die anische schiffe und hat und er hat gerade bei unlocks kompass angelegt ich weiß nicht wie lange er bleiben will aber das ist deine chance ihn auszuschalten bevor er wieder in see sticht okay